Okay, da sind zwei vor dem Eingang, da vorne ist eine. Ich kann jetzt halt nicht so sneaky töten, weil dann... Wo mache ich das denn? Okay, ich mache es anders. Ich gehe, glaube ich, hier von der Seite. Dann schalte ich den zuerst aus. So, genau. Jetzt habe ich kurz einen Pfiffen, jetzt sollte der hinterher die Steine kommen. Oh, ich habe Eftelöl. Hallo? Oh, nee, jetzt konnte ich gerade nicht eliminieren hier mit meinem Appentat, Dings. Bleib hinter den Steinen, sonst finden die anderen seine... Oh, jetzt kommt der andere an den Rand. Oh, nee. Oh, nee, das wollte ich alles vermeiden. Das ist genau das, was ich vermeiden wollte. Schnell, stirb einfach schnell. Bitte, bitte. Nein, 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 nein. Aua, aua, au. Hör. Panik, 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 Panik. Okay, die haben nichts mitbekommen. Das ist gut. Jetzt kommt er noch. Er hat nämlich gerade einen Kampf gesehen hier. Das ist aber nicht schlecht. Wieso konnte ich den eigentlich gerade nicht eliminieren? Was war das denn? So, jetzt kommt er nämlich noch hin. Hauptsache die beiden da vorne sehen nichts. Aber ich glaube, wir sehen nichts von da hinten. Jetzt kann ich den nämlich noch eliminieren. Aber wieso kann ich die denn nicht eliminieren? Was ist das denn? Dankeschön. Das war doch ein Mensch. Ja. Perfekt. Jetzt hat nämlich nur er mich gehört. Und der andere, der, äh, ja. Der nicht. Ja, wunderbar. 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 So. Jetzt kommen. Er kommt nicht zu mir, weil er das Pfeifen nicht genau hört. Er hat also noch nicht zu. Er hat noch mehr. Er hat noch mehr. Und er hat noch mehr. Und er hat noch mehr. die außen rum wecken falls ich schnell flüchten muss dann oben schätze nicht gut nicht gut ich bin nicht gedeckt ach man ich wollte mich hinter ihm her schleichen aber jetzt kommt alle angerannt okay dann noch mal eine großschlager jetzt können wir selten auch noch ich muss ihn vor allem muss ich töten hier ganz kurz den mit dem symbol mein kopf ist es ich muss auch wenn ich jetzt riskiere hier zu sterben ja okay das vielleicht nicht aber weil dann ist nämlich der mann fortschritt zwar zurück so aber das hier erst mal nicht so viele seltener noch dazu kommen genau so jetzt eventuell verlieren die mich jetzt auch wäre am besten sie sehen mich nicht von da unten wie geil okay zeichnet entspannt heilen hier zum beispiel attentat auf den söldner nach vorne ging nicht schade ja ich weiß die waren noch in bereitschaft wahrscheinlich nehme ich mal an jetzt zumindest dort da vorne ist es ziemlich low gerade ein bisschen noch mehr tschüss mit dir so komm weg mit dir und jetzt kommst du einmal an vielleicht kannst du mich einfach hinten an oh ja hat er getan sogar aber daneben hauen kontern ja ich drück konter er haut daneben dann haut er nochmal zu und dann kann ich ihn mal kontern ausweichen und in den rücken stechen hier zack 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 easy noch ein seltener okay da vorne ganz jo er hat einfach Feuer warte 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 ich will den mit dem Feuer sehen ah nee er hat Brandpfeiler auch noch okay Brandpfeiler ist ein ganz ganz ekelhaft dann mach uns kurz okay er muss er muss er er muss sich erst weg nein oh mein Gott oh mein Gott ich bin low ich bin low ich bin low nein 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 lasst mich ich habe euch nichts getan ich habe Angst ich habe Angst, dass ich auf mich schießen deshalb wolle ich ab und zu machen okay oh nach unten hopp so kurz okay sind alle hinter dem Haus ey das ist eigentlich voll cool jetzt kein Haus ganz spannend looten hier wie komme ich rein wie komme ich hey wo ist der Eingang hallo Eingang ah da sag ne hä es gibt nur einen okay dann äh muss ich wahrscheinlich oben rüber rein so runter mit dir runter so ja cool jetzt sind die alle da draußen jetzt kann ich das Haus noch entspannter looten und danach kann ich die dann wieder mit einem Attentat alle einzeln jetzt verteilen sie aha die sind noch in Bereitschaft zu langes Fragezeichen über den ist irgendwie noch in Bereitschaft dann geht Attentat nicht okay muss ich einfach warten bis das weg ist wahrscheinlich so jetzt hier einmal die Fackel jetzt kommt die einmal hier hin weil die Funden das Feuer sehen wahrscheinlich aber derzeit bin ich schon wieder ganz woanders nämlich unten drunter und leg hier das nächste Feuer ja sehr gut äh mit Tee so genau jetzt kurz erstmal hier nur die Vase einmal dass das schön abbrennt und dann kann das noch abbrennen und jetzt kann ich den einmal kurz eliminieren hier so und jetzt jetzt werde ich nämlich den gekämpfen weil er ist nur Stufe 8 so und mit Feuer ist zwar richtig ekelhaft wenn er Feuer hat aber jetzt hat er dafür weniger Leben halt weil ich ihn dann gerade mit Attentat gedickst habe so jetzt kann ich dann ein Schild noch kurz entfernen hier zack und so komm hab ihn sehr schön sehr schön sehr schön und ich laufe hör auf deiner Herzen locken du nein nein du stört 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 und du kannst bitte einmal nach aussehen Dankeschön dafür so hab ich den fehlt noch irgendwas hier genau die beiden Vasen kann ich noch mitnehmen hier drei Vasen sogar sehr schön dann hier die Staatsschatz Vorreiter allerdings einmal abholen ok wunderbar noch zwei Schätze augenmäßig wachen oh oh ok ich dachte bei der Treppe ähm ok ist ein Raum mit wertvollen Teppichen und da ist eine Ölbar wo kam er denn her wo kam er denn her moin 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 ok ja okay wir sind jetzt keine so starken Gegner oh warte mal das ist ein Söldner sorry Distress ist weg an dich mein Freund aber du gehörst auch zu dir nicht ganz so starken Gegner dazu kontern hallo ok dann oh ausweichen und nein drauf drauf sehr fein ah diese Schwerter ich liebe diese Schwerter ich hab einen Apfel bekommen von ihm ok ja gut von mir aus muss ich auch nur so gesund ernähren zwischendurch ne so hier hab ich alles aufgehäumt genau oben war noch eine Schatz den brauchte ich noch ich glaube ich hab auch alle Wachen erledigt soweit ich weiß ähm so oben ist noch ein Schatz sehr schön zack so ein Schatz fehlt jetzt aber noch ah da oben ok auf der anderen Seite oh Moment stopp hier war noch ein bisschen Kram gehst du aber runter lieber auch Alexios benimm dich doch jetzt da rein danke hallo ich will gerne die Sachen öffnen doch schön frischer Kohl wer stoppt denn frischen Kohl in so eine goldene Vase rein verrückt so oh da sieht man schon ein bisschen die Brandspurung noch ähm genau hier um ist noch ein Schätzlein so und dann haben wir auch abgeschlossen 12 also Stufe 12 Platten besetzte Armsteen cool Quest abgeschlossen oder Ort abgeschlossen oder da war so neue Ausrüstung jede Menge bekommen aber ich glaube nichts davon kann ich benutzen na aber den könnte ich benutzen aber der ist halt äh Mist so 12 war die sind schlechter bla bla Stiefel 10er Stiefel ok also sobald ich nur für 10 dann habe ich quasi schon mal jede eine Ausrüstung da vorne ist noch ein Quest die ich schon erledigt habe oder die ich da abschließen kann wahrscheinlich ich werde es hier noch entfernt oh die ist direkt da unten dann gehe ich da mal kurz hin und dann kann ich gleich da oben meinen Teil machen oh so oh war der Olivenbusch ja wächst der mitten auf dem Stein was ist denn so und ich bin nie da gewesen es gibt fast keine Spur weg da ich wollte eigentlich wegrenpeln aber so wo war jetzt meine Quest achso die ist da in diesem Haus ich gebe jetzt zurück hallo so in dem Haus hier ah das war das Haus mit den oder Moment was von der an das war von der anderen Quest das äh allerdings was ich habe beendet genau mit Alpino das war sehr gut der volle Lohn ich versprochen dachtest du ich würde feilschen ach komm Alexios ich schicke nicht jeden Tag jemanden los den eigenen Vater zu töten aber er war ja auch nicht dein wahrer Vater oder Hm. Ich weiß, ich weiß, es ist etwas viel auf einmal. Komm. Sag mir, Söldner, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolken gelernt? Er sprach von meiner Mutter. Sie ist am Leben. Nicht mehr lange, fürchte ich. Was soll das heißen? Natürlich, dass du mir ihren Kopf bringen wirst. Bist du verrückt geworden? Du hast den Mann, der dich aufzog, für einen Beutel in Münzen getötet. Da habe ich eben angenommen, dass du genau wie ich deine Familie tot sehen willst. Malacca! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Ich schneide dir die Zunge raus! Sehr enttäuschend. Hey, du! Voilà, voilà. Nein, 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 nein. Du gehst mal ganz schnell weg. Warte, kann ich dir das Schild immerhin machen? Oh ja. Was? Nein, kann ich nicht? Oh, die haben bessere Schilder als die anderen. Das ist sehr belastend. Ja, mal kurz weg mit euch wieder. Ja, wir haben nicht viele Leben. Die haben nicht viele Leben. Ich wollte das gerade kontern, aber es ging nicht. Okay. Ach, mit den scheiß Schilder mal weg, du. Dein Nerven. Ja, danke. Genau so. Sehr schön. Jo, ganz schön. Er hat sich wie ein Feigling verdrückt. Ich sollte mich in seinem Haus umsehen. Hatte ich gerade vor. Tatsächlich. Elpeno. Ja, okay. Elpeno ist ein Nachricht. Christgegen, stimmt. Was war das noch? Papyrus an Elpeno. Elpeno ist ein Nachricht. Okay. Ja. Ein Brief an Elpeno. Oh, Föbe. Du hast ihn direkt zu mir geführt. Tja. Okay, jetzt noch ein... Elpeno sucht nach einer Frau. Ich frage mich, auf wen er es wohl jetzt wieder abgesehen hat. Gute Frage, ja. Ein Ladungsverzeichnis. Elpeno hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Okay. Sonst irgendwas oder was? Ich habe viele heimtäckische Menschen getroffen, aber sie waren nicht zum Vergleich zu Elpeno. Ich werde jeden Stein umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Das verspreche ich. Jo. Der ist natürlich gerade weggelaufen. Ach, aber jetzt kriege ich den Helm des Wolfes von meinem Vater, den ich umgebracht habe. Ich habe den beiden nicht umgebracht wegen der Münzen. Sondern weil, ja, okay, es war vielleicht, äh... Also der eigentliche Grund war, weil er ja mich umbringen wollte. Nicht wegen der Münzen. Die Münzen sind quasi ein schöner Nebeneffekt, sag ich mal. So, Inventar. Ich bin Level 10 jetzt auch. Ich kann jede Menge neue, wunderschöne Ausschusssachen tragen. Einmal zum Beispiel diese Schwer... Was ist das denn jetzt? Wieso ist das denn jetzt? Wieso ist das denn so komische Balken? Direktbalken. Balken? Hilfe! Äh... Okay, alles wieder normal. Gut. So. Genau. Neue Dolche bekommen. Der 10er Bogen. Ja, den neu gekauften, fast gar nicht benutzt. Der Helm des Wolfes kann ich anziehen. Jetzt kann ich das anziehen. Voll kann ich nicht anziehen. Gut. Aber das finde ich einen richtig coolen Helm. Also den mag ich echt gerne. So. Und sonst, ähm... Habe ich echt nichts Neues. Doch. Hier den 10er Rock noch. Oh, in Gold. Okay. Und neue Stiefel. Aber die sind auch cool. Die Beste wollen das mal erhalten. Ja. Ähm... So. Und was habe ich noch? Hier, genau. Ich habe die Dinger von Pena noch bekommen. Neue Quests habe ich noch bekommen. Was ist denn hier noch los? Schlange im Gras. Ah ja. Von der LP noch. Ein Geist befragen. Oder von Delphi. Das mache ich noch. Ja. So. Bei Söldner war noch irgendwas. Was war hier noch? Achso. Das waren die ganzen... Drei, die ich noch gekillt habe. Fähigkeit. Und... Ach, genau. Ich kann noch eine Fähigkeit mal aussuchen. Was will ich denn? Oh. Feuerangriff. Oh ja. Natürlich. Feuerangriff. Immer. Auf die 4. Sehr, sehr cool. So. Und dann würde ich sagen, einmal nach da oben. So. Moin. Dann einmal... 800 Meter per Pferd. Ist machbar. Aber da kann ich nicht wieder mal ein automatisches Wegteil machen. Oh nein, das meine ich nicht. Wie viel? Wie viel Pferd auf? Also muss ich auf der Straße machen, ne? Nein, Y war das genau. Y-psilon. Und zack. Muss ich nichts machen. Das Pferd folgt ganz automatisch der Straße. Sehr entspannend. Oh, Moment. Hier links ist noch ein Aussichtspunkt, sehe ich gerade. 346 Meter. Dann würde ich sagen, gehe ich da nochmal mal zu ziehen. Ähm. So. Da oben. Kann ich einfach mal hier easy rüberklettern. Geht ein bisschen schneller, als wenn ich da jetzt mit einem Pferd die ganzen 10.000 Meter außen rum laufe. Oh mein Schatten ist sogar hier dran. Das ist cool. Dann einmal da auch bitte. So. Dann markieren wir das mal kurz mit dem Adler hier. Da. Oh Gott. Das war ein sehr felsiger Weg. Aber man kommt ja ziemlich schnell voran hier. Oh, da ist noch ein Busch. So. Olivenholz noch mal ein bisschen kommen. Sehr schön. Ich muss mal gucken, ob ich mein Schiff gleich nochmal upgraden kann. Genau. Weil es, äh, habe ich ja noch mal ein paar Ressourcen. Dann könnte ich ja eventuell mein Schiff nochmal upgraden. Ja, kann ich. Ähm. So. Der Rumpf. Hä? Habe ich den nicht schon mal geupgradet? Die sind jetzt alles nur auf Stufe 1 hier. Ah ne. Ach ne, ich habe alles schon einmal geupgradet. Und das habe ich schon zweimal zum Beispiel. Genau, Rumpf ist halt am wichtigsten eigentlich, finde ich. Aber das einzige, was ich upgraden kann. Naja, Schilde kann ich auch nicht. So. Äh, Ausdauer der Ruder. Was noch? Rammelsporn. Pfeile. Ja, mache ich Pfeile nochmal, würde ich sagen. Genau. Da, alles andere kann ich nicht machen. Gallionsfigur. Ich hätte gerne noch eine Gallionsfigur. Das wird richtig gut passen. Aber, ähm. Ich glaube, die kriegt man nur, wenn man andere Schiffe halt zerstört. Also rammt. Und das ist ultra selten, dass man die überhaupt bekommt. Aber, ja. So, einmal hier hoch, bitte. Es ist sehr schöne Nacht geworden mittlerweile auch. Sternklarer Himmel. Ja, ich höre meinen Vogel. Einmal hier. Zudem heute mit dem Grund eine neue Stadt sind wir hier. Eine neue Stadt gelandet. Äh, die Korrigia-Höhle. Okay, die ist wahrscheinlich hier irgendwo unten drunter. So, und... Tempel des Apollon. Hö, wie ist die Kamera so weit oben? Hö, was ist das denn? Äh. Hä, hä, hä. Äh. Äh, dankeschön. Das war mir halt irgendwie sehr verwirrend. So. Da oben auf dem Tempel ist der... Oh, schicke Statuen hier aus Bronze. So, äh. Die Texturen vom Tempel sehen auch sehr, sehr... schöner aus aktuell, weil das alles noch nicht so gut geladen ist. Ja, dankeschön. So ist es schon ein bisschen besser. So, Tempel des Apollon aus und synchronisieren. Äh, jetzt den ganzen Rücklauf immer wieder da. Was ist das denn? Ja, okay. Das werden wir halt eine ganz neue Stadt betreten. Die erste Stadt muss ja erstmal geladen werden. Okay. Dann gehen wir gleich mal zum Orakel direkt. Ich wollte noch mal synchronisieren. Hopp. Und zack. Wunderschöne Aussicht. Sehr, sehr schön. Und zack. Untertitelung des ZDF, 2020